Dr. Daniel Liebermann, ein Professor der wissenschaftlichen Biologie an der Harvard University mit dem Schwerpunkt menschliche Evolution, deckt in diesem Video 5 Mythen auf, bezogen auf die menschliche Gesundheit. Ich werde es euch übersetzen, so gut es geht, und es gibt auch einen Untertitel. Und dann Studien suchen, um seine Aussagen zu bestätigen oder auch nicht. Also sehr spannend, bleibt auf jeden Fall dran, bis zum Ende, es lohnt sich. Mythos Nummer 1, zu viel sitzen ist so schädlich wie rauchen. Let's take sitting first. So, you know, there are all these, you know, these slogans like sitting is when you're smoking and it's really bad for you. And every time you sit in your chair, you lose two hours of your life and whatever. It turns out that all animals sit, right? My dog sits, cows sit, chickens sit, every animal sits, and hunter-gatherers also sit. In fact, if you, some of my students actually put sensors on hunter-gatherers, and we're doing some research in farmers as well, but they sit just as much as westerners. Zusammenfassend sagt er, das behauptet wir, dass Sitzen mit Rauchen verglichen wird und man Lebensjahre verliert, wenn man sitzt und so weiter, genau genommen zu viel sitzt. Alle Tiere sitzen, sagt er auch, und auch Hunde, sie haben sogar Sensoren an Jägern und Sammlern angebracht oder an Landwirten, um zu schauen, wie viel sitzen diese Menschengruppen eigentlich, ja? Da sie ja auch sehr aktiv sind. Diese sitzen genauso viel wie die westlichen Menschen, sagt er. Sitzen ist, there's nothing special about being, about today's life, it's sitting, it's that we sit all day long and don't do anything when we're not sitting, right? So if you, and furthermore, the big distance difference is not so much how much we sit, but how we sit. So it turns out that people who, if you get up every once in a while, interrupted sitting is actually much more healthy than non-interrupted sitting for the same amount of time. Dann sagt er noch, dass Sitzen nicht direkt schlecht ist, sondern die Art, wie man es tut. Das Sitzen, welches öfter unterbrochen wird, ist viel besser, als welches, das nicht unterbrochen wird. So machen es die Landwirte zum Beispiel auch in Afrika und Co. Dazu gibt es eine sehr gute, humane, randomisierte Studie, die das Thema mit knapp 750 Büromitarbeitern über zwölf Monate untersuchte. Hier wurde die Sitzzeit beeinflusst durch unter anderem verstellbare Tische und so weiter, dass man die ganz hochfahren kann, dass man quasi auch steht. Tatsächlich sind die Ergebnisse eher ernüchternd, wie der Professor sagt, so heißt es auch in der Konklusion der Studie. Also kann man zusammenfassen, die Datenlage zeigt es ebenfalls, dass was er sagt, dass ein etwas mehr Sitzen nicht den Braten fett macht, aber wenn man natürlich ein bisschen vitaler sein will, schon ein bisschen Variation reinbingen, öfter mal aufzustehen, mal auf Toilette zu gehen, einen Tee zu machen, den Hund zu streicheln, das macht sicherlich Sinn. Mythos Nummer zwei, acht Stunden Schlaf am Tag ist das Beste. So sleep ist eine andere Interessante. So this idea that, you know, that you need eight hours of sleep has been around for a long time. It's been around basically since the Industrial Revolution. But if you actually, so, so colleagues in my field, so in evolutionary medicine, have put sensors on people who don't have, have all the things that we're told have destroyed sleep. So think about it. We're told that TV and lights and, you know, our phones and all these things are preventing us from sleeping, you know, Edison destroyed sleep, right? So, so when you put sensors on people who don't have any electricity, they don't have TVs and they don't have phones and they don't have any of these gadgetry, right, electricity, Was er hier sagt, dass der Mythos Schlaf von acht Stunden sich hier schon lange hält. Dieser aber nicht tragbar ist, denn es wurden Sensoren angebracht an Menschen, die keine Handys, Computer, Fernsehen oder Elektrizität überhaupt benutzen. Und diese haben ebenfalls nur sechs bis sieben Stunden geschlafen. So this idea that natural human beings sleep eight hours a night is just nonsense, it's just not true. And furthermore, when you start looking at the data, seven hours, if you actually look at, if you graph sort of how many hours a night you sleep on the x-axis and sort of, you know, some outcome like cardiovascular disease or just how likely you are to die, it's kind of a U-shaped curve. So people who don't get much sleep are in trouble, but the bottom of that curve is pretty much always about seven hours. So people actually do better if they sleep seven hours rather than eight hours. And yet we're told that if you don't sleep eight hours, there's something wrong, right? Hier sagt er etwas sehr Interessantes, dass Studien zeigen, dass Menschen, die sieben Stunden schlafen, haben ein deutlich niedrigeres Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung zu erkranken als Menschen, die mehr als sieben Stunden schlafen. Das habe ich für euch mal untersucht. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da für meine Arbeit und schau sehr gerne mal auf purazell.de vorbei. Dadurch unterstützt ihr mich in diesem Video und kann ich diese Videos vor allen Dingen auch für euch machen. und da findet ihr auf jeden Fall auch ganz tolle Sachen für eure Gesundheit. Ich habe mir zahlreiche Meta-Analysen angesehen zum Thema Schlaf und mir ist eins aufgefallen, das ich euch jetzt zeigen möchte. Der Titel der Meta-Analyse lautet Lange Schlafdauer und Gesundheitsergebnisse. Eine systematische Überprüfung durch eine Meta-Analyse. Schaut man sich die Kurve an, dann ist diese genau wie er beschrieben hat. Unten in dem Graphen ist das Sieben-Stunden-Schlafmuster. Sieht man an der X-Achse. Und die Y-Achse beschreibt das steigende Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Man sieht hier, je mehr Schlaf man hat, desto höher ist auch das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Damit hat er voll recht. Acht Stunden sind nicht direkt notwendig. Sieben beschreiben hier sehr gut das Optimum. Anmerkung von mir. Das sind Durchschnittswerte. Je nach Belastungsgrad kann dies auch etwas länger ausfallen, ohne direkt mit einer Risikoerhöhung einherzugehen. Mythos Nummer 3. Zehntausend oder mehr Schritte sind am besten für deine Gesundheit. Und jetzt aus der Bühne, sie pickten 10,000 steps, weil das ist wahrscheinlich ein auspiciouses Nummer. Und es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut. Wenn du an Fragen pro Tag und Lebensstabkommen humanistisch achtest, dann geht die Übertragung rund 10,000 bis 18,000 Stunden. Das betrifft auf der Mannheit, oder Frau N把它 machen. Und wenn du an Fragen pro Tag und Lebensstabkommen, dann kommt die Kurve an rund 7,000 bis 8,000 Stunden. Es gibt keine große Vorteil, mehr als sie pro Tag. Zusammenfassend sagt er, dass die Zahl von 10.000 nicht durch wissenschaftliche Belege in den 60er Jahren genannt wurde, sondern nur weil es sich einfach gut anhörte. Die Jäger und Sammler machen ca. 10.000 bis 18.000 Schritte am Tag, je nachdem ob männlich oder weiblich. Doch es scheint sich sehr vorteilhaft für den Menschen entwickelt zu haben und bezogen auf das Sterberisiko. Er sagt aber auch, dass die Kurve bei 7.000 bis 8.000 Schritten pro Tag am besten ist und danach das Risiko wieder langsam anfängt zu steigen. Da habe ich mir die Mühe gemacht und nach der Meta-Analyse gesucht, wovon er hier anscheinend spricht. Die Studie stammt aus dem letzten Jahresier hier. Es wurden knapp 48.000 Menschen untersucht, um diese Daten zusammenzutragen. Man sieht hier, wie er sagt, in Rot, ca. bei 8.000 steigt die Kurve wieder und das Risiko fängt wieder an zu steigen, an der allgemeinen Sterblichkeit genau genommen. Doch was er nicht richtig sagt, dass der blaue Graph hier immer weiter sinkt, je mehr Schritte gemacht werden. Und dieser ist bei Menschen unter 60. Das heißt, je jünger du bist, desto mehr Schritte kannst du machen, um dein Sterberisiko wieder weiter zu senken. Ab 60 ist es genau andersrum. Da ist der Peak genau, wie er sagt, so ca. bei 8.000 und danach steigt das Risiko wieder. Mythos Nummer 4, Sport ist Mord. Das heißt, aging ist einfach die clock ticking auf, right? Da ist nichts we können über age. Aber senescence ist die Weise unsere Böden als wir älter werden. Und was physical activity macht, vielleicht die wichtigste Sache, die wichtigste Sache ist, ist, dass es schlows senescence, speziell für bestimmte Organs und Systeme. Und da gibt es verschiedene Artikeln, so wie endurance physical activities, wie running, walking, etc., swimming. Und dann strength oder resistance physical activities. Zusammenfassend ist, was er sagt, ja, dass Alterung das eine ist, es kommt aber auch auf die Seneszenz an. Doch was bedeutet dies? Körperzellen können sich nur begrenzt aufteilen. Bei jeder Zellteilung, auch Mitose genannt, verliert die Zelle ein Stück von ihrem Ende, auch Telomere genannt. Wird dieser Prozess nicht beeinflusst, sprechen wir von einer natürlichen Alterung. Wird dieser Prozess beeinflusst, sprechen wir von der Seneszenz. Denn gute Verhaltensweisen, wie viel Gemüse, gutes Stressmanagement, genug Schlaf, aber vielleicht auch Sport, verändern die Telomere wieder und machen dich jünger, als du eigentlich bist. Das nennt man dann auch das biologische Alter. Er sagte genau das, dass dies genau auch beim Sport passiert. Auch das zeigt eine Metanalyse aus dem letzten Jahr. Man sieht hier, dass es zu einer möglichen Risikoreduktion kommen kann, zu sterben von bis zu 20% durch Kraftsport. Mythos Nummer 5. Die Genetik steuert unser Alter. Er sagt, dass Gene die Waffe laden, aber das Umfeld löst den Abzug. Das ist exakt sehr gut beschrieben. Erst das Umfeld, also die Menschen um einen herum, Stress, die Ernährung, der Sport, die Nährstoffmängel, lösen Krankheiten aus. Dies nennt man auch Epigenetik. Epi für obendrauf. Die Epigenetik steuert die Genetik, denn sie sitzt oben auf der Genetik nochmal drauf, wie ein Reiter auf einem Pferd. Viele unserer Großeltern hatten viele Krankheiten nicht, die heute auf dem Vormarsch sind. Weil sie noch anders gelebt haben. Es entstehen immer mehr Krankheiten, die es früher nicht in dem Maße gab. So, ich denke, wir schieben unsere Genen für viele von diesen Krankheiten, für viele von diesen Gesundheitsproblemen. Und ich schiebe nicht den Rolle der Genetik, aber das Umfeld ist viel wichtiger. Und wir haben auf einigen Fall Kontrollen über unsere Umfeld. Richtig. Die schieben die Schuld viel zu oft auf die Genetik. Gerade Ärzte. Aber es ist fast immer die Umgebung, die wir beeinflussen können, wie er sagt. Ich möchte hier mal ein Beispiel bringen. Aus meinem alten Video aus der Epigenetik. Da habe ich es genau genommen nochmal exakt beschrieben. In dieser Studie aus Deutschland konnte gezeigt werden, dass die Einnahme von Vitamin D die Lebensspanne um 1,85 Jahre verlängert. Es ist wirklich absolut unfassbar, dass es da draußen tatsächlich noch Menschen gibt, die es nicht einnehmen und in einem Mangel leben. Aber soll es geben. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Vitamin D3, seht ihr hier, die Enden der Telomere wieder verlängern, von denen ich vorhin gesprochen habe, die bei jeder Zellteilung verloren gehen und die Seneszenz, das heißt die Zellalterung, vorantreiben. Also, die Epigenetik steuert definitiv die Genetik, wie dein Alterungsmuster in den Zellen aussieht. Das waren die fünf Mythen, die ich einmal für euch hier aufgedeckt habe. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ja. Also, der erste Mythos ist Sitzen, ja. Das gibt nicht die Datenlage her, dass Sitzen so extrem schädlich für deine Gesundheit ist. Man kann das Ganze aber etwas optimieren, indem man einfach öfter aufsteht. Nummer zwei, acht Stunden Schlaf ist nicht das Optimum. Sieben Stunden Schlaf war das Optimum. Mythos Nummer drei, 10.000 Schritte, das Optimum. Bei Älteren eher nicht, da ist weniger besser, ca. 8.000 bis 7.000 Schritte. Bei Jüngeren kann es aber auch durchaus mehr als 10.000 sein. Das schadet den jüngeren Menschen nicht. Sport ist Mord ist nicht so. Man sieht ganz klar, dass Studien das Sterberisiko bis zu 20% reduzieren können. Das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich. Und die Genetik, ja, wird nicht unser Alter maßgeblich beeinflussen, denn die Epigenetik steuert immer die Genetik. Das heißt, wie viel Stress hast du, was du isst, wie auch immer, dein ganzes Umfeld, das ist die Epigenetik. Und die sitzt immer am Abdrücker und deshalb steuert sie auch diese Inessenz unserer Zellen. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.